Ich hoffe, du bekommst richtig auf die Fresse, du dumme Sau. Du passt einfach nicht in diese Serie. Du bist der Grund, warum ich nie eine türkische Frau heiraten oder zusammen sein werde. Widerlicher Systemling. Du nervst echt nur noch. Absolut unsympathisch. Dein Scheißcharakter, typisch türkische Frau. Und, wie fühlt sich das für dich an? Na, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das für dich an? Gemeinsam. 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 Gemeinsam gegen Hass im Netz. Gegen Hass im Netz. Gegen Hass im Netz. Gemeinsam gegen Hass im Netz.